Hab YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In heutigen Video geht es wieder um das Thema Fashion No-Gos. Ich habe mir fünf neue Dinge rausgesucht, die wir in diesem Video einfach mal durchgehen. Dementsprechend los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt hat, in heutigen Video geht es wieder um Fashion No-Gos. Natürlich kann jeder, und das betone ich vor jedem Fashion No-Go-Video, jeder tragen, was er möchte. Aber ich habe mir wieder ein paar Notizen gemacht, beziehungsweise ein paar Sachen rausgesucht, wo ich einfach denke, das geht einfach nicht klar. Das sind für mich einfach so Sachen, die kann man vermeiden, die sollte man nicht machen. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Aber ich finde persönlich, wenn man sich daran hält, das ein oder andere beachtet, ist man auf jeden Fall besser beraten und auf jeden Fall meiner Meinung nach besser gekleidet. Dementsprechend fangen wir an mit Punkt Nummer 1. So Leute, fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 ist eigentlich ganz simpel, ist nämlich was für Accessoires. Und zwar sollte man verschiedene Schmuckarten nicht miteinander kombinieren. Was damit gemeint ist, ist eigentlich, dass man Gold und Silber einfach nicht zusammen anziehen sollte. Ist meine persönliche Meinung und ich finde es einfach nicht nice, wenn man prinzipiell eine goldene Uhr hat und dann alles mögliche an Bracelets, Armbändern oder ich sag mal so Skaff-Dinger etc. alles in Silber hat. Das sollte man vermeiden. Oder die Kette etc. sollte man schon aneinander anpassen. Es muss nicht echt Gold sein, es kann auch vergoldet sein. Sieht auch nice aus. Es gibt natürlich da auch wieder Variationen, wenn das zu billig aus ist, zu gelb. Es ist meiner Meinung nach nicht schön, aber wie gesagt, jeder kann tragen, was er möchte. Ich würde aber auf jeden Fall vermeiden, Gold und Silber zueinander zu kombinieren. So Leute, kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer zwei ist auf jeden Fall meiner Meinung nach einer meiner größten No-Gos, die für mich persönlich gelten und das sind Animal Prints. Was damit gemeint ist, ist Leopardenmuster, Tigermuster, Schlangenmuster oder Elefantenmuster oder sonst was. Es ist natürlich die Frage, wie das Ganze so auf diese Jordan-Thema gemeint ist, weil da gibt es auch so quasi so ein Elefantenmuster. Das ist immer, ich finde es schwierig zu sehen. Ich persönlich vermeide es einfach, weil es mir nicht gefällt. Aber generell diese anderen Sachen, Animal-Muster würde ich einfach vermeiden. Und ich finde es persönlich einfach nicht schön, nicht ästhetisch. Und ja, Thema Frauen ist noch was anderes. Ich finde, da gehen wir jetzt gerade gar nicht so extrem drauf ein, aber nur noch mal ein kurzes Wort dazu. Auch bei Frauen finde ich es nicht schön, wenn eine Frau irgendwie so ein Leoparden oder so ein Tigermuster trägt. Das für mich einfach wirkt ein bisschen billig, aber auch da schneiden sich die Geschmäcker. Dementsprechend, ich würde einfach auf Animal-Muster verzichten und das ist auf jeden Fall mein Punkt Nummer zwei. Machen wir weiter mit Punkt Nummer drei. Und Punkt Nummer drei ist ein bisschen Zwiespalt, weil es gibt jetzt den einen oder anderen Designer, die schon damit zusammengearbeitet haben. Aber für mich ist das ein Schuh, der zu Hause bleiben soll, der super bequem ist, den viele feiern, den viele tragen. Aber er gehört für mich nicht auf die Straße und zwar sind das Crocs. Ich finde diese Schuhe einfach 0,0% ästhetisch. Ich weiß, dass sie super komfortabel sind, aber meiner Meinung nach sind das einfach keine Statement-Schuhe oder Sonstiges. Auch nicht, wenn ein Designer damit Kollabos eingeht. Ich werde es persönlich nicht kaufen oder Sonstiges. Ich finde persönlich, dass es einfach ein No-Go ist. Wie gesagt, vom Bequemlichkeit-Faktor und zu Hause etc. Gar kein Thema, kann jeder machen, was er möchte, aber Crocs gehören auf jeden Fall nicht in die Öffentlichkeit und dementsprechend ist das mein No-Go Nummer drei. So Leute, kommen wir zu Punkt Nummer vier. Und Punkt Nummer vier ist klipp und klar für mich ein langer Ledermantel für Männer. Ich bin natürlich ein Fan von den Matrix-Filmen, aber dieser Matrix-Look mit diesem schwarzen, langen Ledermantel oder was weiß ich, andere Farben in Sachen Ledermantel, finde ich persönlich einfach nicht nice. Wie gesagt, jeder kann tragen, was er möchte, aber für mich ist ein Ledermantel auf jeden Fall ein dickes No-Go und ich denke auch nicht wirklich, dass es jemals wirklich im Trend sein kann. Es gibt natürlich irgendwo gewisse Grenzen, gewisse Typen, die so ein bisschen besonders sind, mit denen sowas steht, aber für die normalen Typen, so wie ich mich auch sehe, ist einfach ein Ledermantel ein No-Go und dementsprechend würde ich auf jeden Fall darauf verzichten und das ist mein Punkt Nummer vier. So Leute, kommen wir zu Punkt Nummer fünf und Punkt Nummer fünf muss ich mir selber auch oft an die eigene Nase packen und zwar ist das auch etwas, was ich auch immer wieder begehe, aber ich habe mir in Zukunft vorgenommen, das Ganze nicht mehr zu machen und zwar dasselbe Teil immer öfters kaufen. Also im Prinzip, wenn ich jetzt weiß, natürlich ein T-Shirt ist was anderes, wenn ich jetzt ein cooles Basic-T-Shirt habe und ich weiß, ich trage das fast täglich und das muss natürlich auch gewaschen werden, dann geht das nicht, dann kann man das machen, aber was weiß ich, andere Artikel, Jacken, Hosen, Schuhe etc. mehrfach kaufen, bin ich absolut kein Fan von, ist einfach nur Verschwendung, meiner Meinung nach. Man sollte einfach pfleglich mit seinen Dingen umgehen und dementsprechend auf solche Sachen verzichten. Wie gesagt, ich kenne mich selber, ich weiß, wenn ich was gerne trage, was gerne habe, denke ich mir, ach komm, das kannst du gerne nochmal holen, aber eigentlich sollten wir darauf verzichten, weil ja, Mode im Prinzip auch weiter moved. Natürlich kann man die Basics erstmal so sehen, dass man da eine grundsolide Ausstattung hat, aber ich finde persönlich, Sachen zweimal zu kaufen oder mehrfach zu kaufen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, ich sage mal Unterwäsche oder T-Shirts oder Socken ausgenommen, auf jeden Fall unnötig und dementsprechend würde ich keinen empfehlen, vom finanziellen Punkt auch allein schon und ich weiß nicht, ich finde es einfach nicht nice, dementsprechend Sachen mehrfach kaufen würde ich auf jeden Fall drauf verzichten. So Leute, das war es an der Stelle, ich hoffe, euch haben meine 5 Modesünden, die ich aktuell rausgesucht habe, gefallen. Wie gesagt, wir können auch mal demnächst auf das Thema eingehen, Modesünden bei Frauen finde ich auch ein ganz super interessantes Thema. Wie gesagt, ich möchte auch keiner Frau irgendwie was vorwerfen, aber es gibt einfach Dinge, die ich persönlich bei einer Frau einfach nicht gerne sehe und die können wir demnächst mal angehen, das ist auch schon in Planung, ich muss da nur ein paar Sachen mal rausholen, aber generell, wie gesagt, das sind meine 5 Dinge, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace Leute, schönes Wochenende, ciao.